Musik Mein erstes Geld hatte ich mit neun Jahren verdient. Ich hatte Wassereis auf dem Schulhof verkauft, für 50 Pfennig das Stück, was ich am Nachmittag zuvor für 10 Pfennig erworben hatte. Leider musste ich meinen Geschäftsbetrieb auf drängender Schule nach zwei Wochen aufgeben. Bei ADECO fasziniert es mich, dass wir jeden Tag tausenden von Menschen neue Berufschancen, Perspektiven und Herausforderungen bieten können. Unser Business ist ein People-Business. Es ist toll, mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten und hierbei auch noch viel Spaß zu haben. Diesen Sommer war ich in Spanien im Urlaub. Ich hatte die Möglichkeit, einige Flugstunden auf einer Cessna zu absolvieren. Ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Ich habe mir fest vorgenommen, irgendwann einmal den Pilotenschein zu machen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.